Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Außergewöhnliche und spannende Abenteuer in der grandiosen Landschaft des nördlichen Ruhrgebiets. Das erwartet Sie bei Nordwestkanu. Jörg Voss ist leidenschaftlicher Kanufahrer und vermittelt seinen Kunden auf lebhafte Weise den Spaß und das Naturerleben an diesem Sport. Zudem können Sie einen atemberaubenden Rafting-Ausflug wagen und wer es gerne ruhiger möchte, kann mit einem Floß durch die Wellen pflügen. Die fünf verschiedenen Touren finden auf der Lippe zwischen Haltern und Wesel statt. Bevor das Abenteuer startet, gibt es eine sorgfältige Einweisung und auf Wunsch organisiert man für Sie den Rücktransport. Ist alles soweit geklärt, geht es durch Naturschutzgebiete mit endlosen Wiesen sowie an alten Zechen und Kraftwerken vorbei. Unterhaltsam dem Ziel entgegen. Unternehmen Sie etwas Ausgefallenes und machen Sie mit Nordwestkanu eine erlebnisreiche Tour mit dem Floß, dem Rafting-Schlauchboot oder paddelnd auf der Lippe.